Der kleine Drache Spike ist der beste Assistent der Welt. Außerdem hat er eine glühende und unwirksame Leidenschaft für Rubine. Jederzeit kann man sich auf den kleinen, tapferen und ehrlichen Kerl verlassen. Und er ist immer da, wenn man ihn braucht. In seinen Träumen ist er ein edler, ritterlicher Drache in schimmernder Rüstung. Doch in seinem Herzen ist er ein hingebungsvoller und vertrauenswürdiger Freund. Als treuer Begleiter Twilight weiß er, das wahres Heldentum bedeutet, seinen Freunden zu helfen. Auch wenn Rarity der leuchtendste Rubine in Spikes Augen ist, kann jeder auf ihn zählen. Für noch mehr Spaß mit My Little Pony geht auf mylittlepony.com